Hier spricht 00 Schürmann. Ich bin bereit fürs Kabel 1 Quiz. Kamera besetzt. Kamera besetzt. Aufnahmeleitung klar. Check. Ist klar. Redaktion. Alles gut? Ist alles gut. Dann können wir anfangen. Hier ist Kabel 1. Herzlich willkommen! Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, was machen Sie da für eine Scheiße am Anfang? Wir haben heute sensationelle Sachpreise, die alle hier im Sender gerne hätten. Wir haben nämlich hier, das ist eine Uhr. Das ist aber nicht nur eine Uhr. Sie können mit dieser Uhr telefonieren. Da ist jetzt keine Batterie drin, deswegen ist sie nicht aufgeladen. Aber hier mit Ziffern außenrum, diese Uhr hat sogar einen USB-Anschluss und ein eingebautes Radio. Auf meinem Zettel steht auch noch, dass sie auch noch eine Kamera hat. Da sagen wir aber, das glauben wir nicht. Also ich glaube, eine Kamera hat sie nicht. Ich lese das mal genau vor. Gewinnen können Sie heute eine Weltneuheit. Und zwar zwei Phone-Watches aus dem Hause Burg. Mit dieser besonderen Uhr können Sie telefonieren, SMS verschicken und sie auch als MP3-Player, Radio- und Digitalkamera verwenden. Diese Phone-Watches sind frei für alle Netze und werden zur Verfügung gestellt von phonewatch.de. Phonewatch.de. Ja, ich halte das nochmal hoch. Wer hat denn das hier aufgebaut? Boah, oh shit. Echt. Da, Phonewatch.de. Da, eine Rot, eine Schwarz. Können Sie haben. Die gibt's noch oben drauf. Das Weitere muss ich Ihnen sagen, dass wir heute ein Spiel haben, dass wir hier so...